Hi, ich bin Christian, Mitgründer und CEO von Tado. Und bei Tado kümmern wir uns darum, den Energieverbrauch in Gebäuden zu reduzieren, indem wir die Heizung ins Internet bringen und mit mobilen Daten, also mit einer Mobilfunkapplikation verbinden, so dass die Heizung automatisch herunterregelt, wenn der Letzte das Haus verlassen hat. Das funktioniert komplett automatisch im Hintergrund. Und auch regionale Wetterdaten aus dem Internet werden mit einbezogen, um den Energieverbrauch im Schnitt um 27% zu reduzieren. Das kann Haushalte, also Leute in Wohnungen, Häusern, kleinen Büros oder auch Ladengeschäfte nutzen und unter Tado.com auch bestellen jetzt seit zwei Monaten.